was muss in die lücken das schöne frühling ist dass er immer gerade dann kommt wenn man braucht das ist ein spruch von jean paul was muss in die lücken an der und ihm oder am und ihn oder an die und den so lautet die lösung das schöne am frühling ist dass er immer gerade dann kommt wenn man ihn braucht lösung zwei war richtig so